Junior rennt mit einem Bein schneller als ich mit zwei. Ich hätte erwartet, dass es schnell ist, aber nicht so schnell. Sogar wenn er den Ball dribbelt, ist er noch richtig schnell. Das mach ich jetzt auch. Er hat mir ganz wichtige Tipps gesagt, dass ich mich dabei jetzt nicht wirklich verletze. Der erste Versuch sah schon sehr süß aus. Ey, ich bin ja langsam wie eine Schildkröte. So angst mich einfach zu maulen. Ein falscher Schritt und man legt sich richtig hin. Wie sieht's mit euch aus? Hättet ihr auch mal Lust, Fußball mit Krücken auszuprobieren?